Die Lippenkonturbehandlung bei schönen Lippen und gerade bei einem schönen Lächeln sind besonders wichtig, damit nicht am Ende große oder zum Gesicht nicht passende unharmonische Bilder entstehen, die wir auch hier bei uns immer wieder sehen, wenn die auswärtig behandelt worden sind. Ich denke, ein dezenter Lippenaufbau bedeutet nicht zugleich, dass es nicht große Lippen sein sollen, sondern die müssen harmonisch zum Gesicht passen und denke, das können wir hier auch so, auch in diesem Fall durchführen. Untertitelung des ZDF, 2020